Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Ball Z Kakarot und in dieser Folge geht es jetzt weiter mit Freezer klatschen oder geklatscht werden. Wir schauen einfach mal weiter. Freunde, vielen Dank wie immer für das Feedback eurerseits, für den Support. Unterstützt das Projekt gerne weiterhin. Und Freunde, auch mal an der Stelle erwähnt, ihr wisst ja, die YouTube-Abo-Box macht immer wieder Probleme, wenn ihr noch die Glocke aktiviert habt. Aktiviert sie gerne mal, denn es sollte vielleicht ein bisschen mehr helfen. Ich merke es nämlich immer wieder, dass einige schreiben, gerade wenn ich dann am Stream bin. Hey, mir wird das Video-Band angezeigt oder hast nicht gesehen. Also aktiviert auch gerne mal die Glocke, checkt die Videobeschreibung ab. Und wir haben jetzt auch nochmal festgehalten, der letzte Abschnitt 4xS. Was geht ab? So ist es halt. Das ist spannend hier, Freunde. Und, ähm, Alter, das ist so krass. Die Japaner, manchmal reden sie zwei Wörter, bei uns sind es drei Sätze gefüllt und manchmal reden die so lange, bei uns sind es, also ist ganz komisch, ne? Wir machen jetzt weiter mit Freezer. Ist Freezer eigentlich noch beliebt bei euch? Mögt ihr Freezer eigentlich noch? Viele sind ja in der Mittlerwelle genervt, weil er ja überall und ständig aufbaut hat. Ich kann das verstehen. Irgendwie wurde er ein bisschen zu sehr, auch ein bisschen in die Clowns-Ecke geschoben. Das ist die Glocke, aber ich werde jetzt nicht mehr aufbauen. Gut. Hm, wir gehen da. Oh, danke, Spiel, dass ich jetzt nochmal drei Meter laufen durfte. Aber warte mal, wir können ja mal ganz kurz gucken. Hm, Gegenstände, Charaktere, warte mal. Genau. Super Angriff, hat er immer noch nix Neues? Das ist immer noch... Doch, warte mal. Den hat er bekommen. Dann können wir ihn ja jetzt mal auflambeln. Also warte mal kurz hier, das machen wir mal kurz gemeinsam, Freunde. Energie-Strahl. Bam. Hierfür müssten wir dann wieder diese Training-Sessions ablegen. Galix-Strahl natürlich direkt aufbauen. So. Neun. Wurde noch nicht freigeschaltet? Okay. Dann machen wir das mal hier. So. Gut. Vegeta. Den haben wir. Community. Haben wir doch auch noch irgendjemand anders bekommen. Wer war denn das? Nail, oder? Nail können wir auch nochmal kurz reinpacken. Ganz kurz nochmal gucken, wo ist er am stärksten? Der Kategorie... Welche ist denn das nochmal? Alter, ich vergesse das jedes Mal. Das ist die Abenteuer-Kategorie. Okay. So, zack. Dann müsste man ja hier so ein Boni bekommen. Kriegen die keinen Boni zusammen, oder was? Das ist ja frech. Das ist ja frech. Warte mal kurz. Hä? Ein und dasselbe. Achso, mit Piccolo und Gott kriegt er einen. Und Namikiana. Der letzte, der fehlt, ist wahrscheinlich Dende. Gehe ich mal davon aus. Was war das jetzt Abenteuer, oder? Okay. So. Gut. Let's go. Rein in den Fight. Das habt ihr jetzt auch mal gesehen. Das habe ich ja bisher immer alleine gemacht. Obwohl, am Anfang habt ihr das... Hab ich am Anfang das gezeigt. So ein bisschen mit dem Community-Fort. Der sagt, es ist ja... Aber ich kann es mir sehen. Du bist der Bewegung, oder? Du bist so großartig, Bejita. Oder du bist so großartig, dass du die Angst hast. Du bist so großartig. Ich kann dich sehen. Gut. Schauen wir mal, was jetzt geht. Wir haben wieder. Alles klar. Besser Angriff schon mal. Garrix-Strahl war X. Nein. No. Oh, der Garrix-Strahl macht aber ganz gut. Oh. Alter. Das hat ja mega groß reingaukt. Jedes Mal, wenn ich diesen Hammer-Angriff mache, ist er so weit entfernt, dass ich da nicht rankomme, oder? Jetzt gleich mal. Ach, das war es schon. Alter. Looser. Hä? Da hatte ich mitbekommen. Loser. Loser. Lappen. Lappen, loser. Bacana! So、そんなはずはない! 俺はスーパーサイヤ人だ! くたばれ!フリーガー! バ、バカな!そ、そんな! お、俺には、こ、これが限界だというのか! 今度はこっちからやらせてもらうよ、軽くね ベジータは、生まれて初めて心の底から震え上がった 真の恐怖と決定的な挫折に 恐ろしさと絶望に涙すら流した これも初めてのことだった ベジータは、すでに繊維を失っていた 手助けしたかったら、いつでもどうぞ 信じらんねえ、力がどんどん湧き出てくる 自分でも怖いクレイだ すま、今行くぞ! なんとかなりそうだ え、そんごこへ踏襲がある それとベジータ ミチだって're、俺の知らない絵を一切符理 Wieso? Wie ist das? Piccolo? Ich bin nicht bereit. Dann sind wir schon was machen. Wie sind Sie das? Oh, Papa. K..Ko-kun... Du hast noch verschwunden. K...Kakarot... Hmph...Kakarot... So... So... Omae mo Saiyajin... Saiyajin wa... Ippikitaari to mo ikkaiste wa uka nai yo... Sa... Sa-kiまで no Kakarot jajanai... T... Toto... Gengai no kame o... S... Super Saiyajin... Kono boku ni Kounter o atel to wa na ka na ka yalu jajanai ka? Hahahaha... Kreeza... Honki de ya ta hou ga... Ii zé... K...Ko itz ko so... K...Kisama no... Mo to mo o so rete ita... S...Supar Saiyajin da... K...Ko itz ko so... K...Ko itz ko so... Kono... 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 Ich habe keine Friezer gehabt. Wir sind die Arten. Wir waren mit ihm, mit ihm und mit ihm. Wir waren mit dem Namen. Ihr Vater und mein Vater, wir sind alle. Ich bitte. Fein....Frieza?! Frieza...Frieza! Sepp mich sogar Warden nicht! Sk-Saiya submass' mich nicht! はは sind schonギ glimpse הת worden. Begeita, ich hätte mich sehr schwer für dich zu bitten. Ich war sehr schön, aber ich hatte die Sajjah-Sajjah. Ich werde mich auch ein bisschen verletzen. Ich bin ein Sajjah-Sajjah-Sajjah. Nein, aber auch nicht. Die Säu-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä! Ihr seid ihr! Das ist so viele Dinge. Wir können hier verschärfen. Wir sind nicht verstanden! Gönn, losfahren wir! Sie sind weg! Geh' dich! Geh' dich! Geh' dich! Ey, Junge! Wo für Zeitlupe, ja? Ich glaube, es war so. Ich glaube, er hat für ihn noch einen Grab gemacht, schnell. Schade, dass sie solche kleinen Szenen nicht mit reinnehmen. Hallo, Zeitlupe! Alter, was ist denn jetzt los? Sehr schön. Komm, machen wir mal die Kajoten an, Alter. Gehen wir direkt aufs Ganze hier, Alter. Los, jetzt geht's Katzengeballer, Alter. Boah, jedes Mal geht der Körperschlag woanders hin. Alter, diese Zeitlupe, die verwirrt einen so krass, Alter. Ey, Junge, diese Zeitlupe mehr hat so heftig gerade. Das hat gesessen. Das hat doch gesessen, Freezer. Was sagst du dazu? Lass mich doch aufladen, du unfaires Schweine, ey. Jetzt aber, jetzt aber, Freunde. Zack, das plus Kajoten jetzt. Let's go. Jo, alles klar. Ey, Junge, oah. Was war das, Junge? Mach mal aus hier, die Kajoten. Die verlieren zu viel Energie, ey. So. Was war das, Junge? Was war das, Junge? Was war das, Junge? Was war das, Junge? Das war das, Junge. Das war das, Junge. Und wie war das, Junge? Das war das, Junge. Das war das, Junge. Das war das, Junge. Das war das, Junge. Und wie war das, Junge? Das war das, Junge. Das war das, Junge. Ich weiß nicht, aber ich kann es nicht mehr schlafen. Das reicht nicht, das reicht nicht. Und hier gibt es gerade so viele geile Bilder. Ich weiß gar nicht, was ich als Thumbnail nehmen soll für die Folge. Es gibt so viele geile Bilder, ich weiß gar nicht. Ich überlege immer in den Szenen, wenn ich sie sehe, überlege ich immer, was ich so als Bild nehmen kann für die Folge. Was sind die Geilste? Es wird gesagt, wie das so ist. Ich habe auch keine place, dass ich 7.000 Stunden erinnahe. Das ist wie das so ist. Es ist der Fall, wie das zu tun. Jeder hat, nein. Sie müssen nur ein paar Schleuder machen. Das war's für heute. Ich habe es geschafft, dass er die Power gewonnen hat. ... 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 Ich bin so ein, was ich? Hm? Son悟空 Son悟空 Er ist ein, der Super Saiyajin, der誕生. Er ist noch ein, was ich? Das ist eine große Herausforderung, wenn ich mich aus dem nächsten Mal ausfüllen habe. Ich bin ein wenig und so leicht. Was ist das? Ich denke, was auch nicht so cool ist, was ich für dich so gut ist? Was ist das so ein Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla? Ich traue mich aber... ...M... Maさか... A-ah-ah-ah-no-de-ka-i-no-g- Freeza-no-ährdog-milleurs, man... ...Mada chiebete-nay-yo-da... ...Nazo saß-sa-to-an-oh-da-m-de-k-k-ish-ni-ind-da?! ...Mot aunque... ...Ki-o-Az-Mete-de-k-ku-s-ない-to... ...YATS-O-T-O-O-ZE-N-I... ...GKO-K-U-A-K-U-A-E-N-I-N-I-N-I-N-I-Y-N-I-N-I... Das ist der größte Schmerz. Nur noch ein bisschen. Ich werde es nicht mehr. Ich werde es nicht mehr. Ich werde es nicht mehr. Ich werde es nicht mehr so machen. Na, na, ich werde es nicht mehr so machen. Ich werde es nicht mehr so machen. Ich werde es nicht mehr so machen. Meinst du nicht mehr so machen. Ich werde es nicht mehr so machen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Was ist das? Das ist doch ein Teil der Energie! Du bist! Das ist doch nicht mehr. Ich werde jetzt auch noch ein Geheimnis verwenden. Das ist doch noch ein Geheimnis zu retten. Das ist doch ein Geheimnis zu retten. Du hast du ihn mit dir gemacht? Das ist doch ein Geheimnis zu retten. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Geh! P...Piccolo! Ich bin bereit. Ich bin bereit. Entschuldigung. Ich bin bereit. Theke und diese Dingle sind. Die Baumräder sind, oder? Soll es sein? Das sind alle sehr gratelle ist, die Leute zu pinnen. Die Baumräder sind wunderbar. Der Hecht ist ein großer Schmack! Ich werde die Schmacken aufbauen! Ok, ich bin schon fertig. Mach es! Mach es! Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier! Möhm! Komm! Komm! Ok Freunde, das soll es allerdings erstmal gewiesen sein. Die Folge ist auf jeden Fall lang genug. Wir sehen wahrscheinlich beim nächsten Mal das, worauf wir alle gewartet haben. Also ihr seid auf jeden Fall dabei, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Checkt die Videobeschreibung ab und wie gesagt, aktiviert gerne mal die Glocke, damit ihr auf jeden Fall immer Benachrichtung bekommt, wenn YouTube es so will. Wir hören uns, haut rein und tschüss!